Herzlich Willkommen zu einem neuen Stream. GTA 5, jetzt auch mit eingeschaltetem Mikro. Keine Ahnung warum das aus war. Das hatten wir lange nicht mehr. Ja keine Ahnung man, ich bin ab und zu schon ein bisschen überfordert in GTA 5, das muss man zugeben. Ich hab ja auch bestimmt schon über 100 Nicht-Nintendo-Games gezockt, aber das hier, das macht mich schon mal verpferdigt. Weil die Sachen halt auch nur so beiläufig gesagt werden oder gar nicht oder zwischen 100 anderen Texten versteckt. Das Spiel ist zwar geil, aber es ist sehr sehr groß und ungewohnt, wenn man halt sich komplett frei da reinwirft. Ich hoffe bei GTA 6 werden dann so ein bisschen mehr die Loops noch mitgenommen und Sachen etwas besser erklärt. Das würde ich ganz geil finden. Wir sollen hierher kommen, aber ich habe das Gefühl nicht mit Trevor. Gibt es irgendeine Möglichkeit direkt zu erkennen, mit welcher Farbe man hierher kommen muss bzw. welche Farbe halt für welchen Charakter steht. Das finde ich halt auch ein bisschen dumm so. Die hätten doch dann wenigstens so in Klammern dann auf der Map zeigen können, ja Trevor oder Franklin oder Michael. Doch, bist richtig, aber Treppen hoch? Hä, was? Treppen? Schluss auf PC. Ja, Bruder, PC-Version. Oh, versteckt. Ganz versteckt. Ihr kriegt immer sämtliche Infos, wenn ihr einmal unter den Titel auf die Videobeschreibung klickt. Ey, was für eine Siffbude wieder. Hilfe. Was zur Hölle passiert hier? Piste einer auf den Boden? Bro. Oh, nice place you got here. Oh, yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But, uh, this, this here is my place. And my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right, because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You, you don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. I got news for you. I was always a turd. No. You weren't, man. You were something. But now, man, you know, you like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're, you're, you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh, yeah, you're a fucking hero. So far above it all. Oh, yeah, well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open. See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Ladies, ladies, what's up? Fuck off. Listen, I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you're need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor, heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. My psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend two million dollars on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm and a room full of you cuts. Yes. Woo. Welcome back, man. It is the old you. Yeah, yeah, yeah. Well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now, remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye, bye. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now, you tell him that we're driving towards Palito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Bruder, GTA ist einfach ein Speedrun, um so schnell wie möglich die Monetarisierung zu verlieren, oder zumindest gelb. Ah, so nice. Man sieht vor allem beim Wechseln die Farbe der Charakter, musst du mal drauf achten. Wirklich? Aber es wäre halt echt gut, wenn das, keine Ahnung, irgendwo halt dauerhaft zu sehen wäre oder zumindest dann auf der Map. Olga, vielen, vielen Dank für 15 Support. Und M, dir auch. Wie viele Soundtracks hat das Game eigentlich, also im Radio? Das ist heftig wie viele. Es gibt mega. Jetzt. Wir haben ein Problem finanzieren, also wir brauchen ein Job. Before the Jewel Store, du sagst über ein Score, ein Bank in the Sticks. Ich brauche Sie uns da, Palito Bay, oder? Das ist das. Ich gehe auf dem Bus. All right, Lester ist uns da, da. Don't start. Ich werde nicht. Keine Ahnung. Good call. Wenn du ein Bank an ein paar Millionen Euro für ein paar Millionen Euro gehst, das erste, was du machst, ist, du sagst zum Hospital und sagst ihn, du sagst dir einen Mann in eine wheelchair. Oh, diese Bank, du gehst das kinder Veränderung? Die Landwirte der Landwirte von allen Weed-Farmen, Horehouses, Meth-Kitchens in der Region. Sie halten ihre Geld in die Safe-Deposite-Boxen. Dann gibt es die normalen Small-Town-Pay-Rolle Sachen. Wir sollten gut machen. Ich habe mich über dich, Trevor. Dein Leben. Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you, you know? Maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways, you defy categorization. But then... What? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right, but why are you out here? What's off the grid? We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there. A little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, well, what is this? It's not an absence of taste, T. It's the opposite of taste. You should be a stylist. And then there's the tattoos. The hair. The weird music. The funny toys. The niche drugs. The everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster deny. I'm a whore. Hipsters. I eat them for fun. Haha. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do. Self hatred. Common hipster affliction. Why would be because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon the skinny jeans will show up. Then the skinny lattes. And then the bankers. And you'll be somewhere else starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic card variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. GTA hat über 400 songs. 30 pro Radiosender. I want this conversation to stop right away. The bus stops up here. Alright. How long does it take us to get out here from L.S. Bewerten GTA 5. Am Ende. Immer am Ende. Weil, is da sonst Unsinn. Hey. Come on, man. Knock it off. What? Don't break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please. Alright. You alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. 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 Welcome to Paradise. Come on. Cars this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturising needs. Oh. Will we? Will we get started? Let's go get started. Ich hab den anderen nicht mehr gefühlt, ehrlich gesagt. Also zumindest derzeit nicht. In front of the bank. Clock the entrance. If the paper works correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. Good news. Ich finde der ist aber auch besser für so'n... Für so'n Rücken irgendwie, weil der der härter ist, keine Ahnung. Mittlerweile fühle ich mich mit dem einfach wohler. Und da geht's mutlos. Ich mag's. Ja. The place is remote. It's got the right amount of foot traffic. Das wird aber auch. Let's check out the alarm to be sure. Ja, ich glaube, ich soll noch reinfahren, aber mich hat gerade diese Linie irgendwie irritiert. Okay. Ist halt ein bisschen auffällig, oder? Warte, wo ist denn der Alarm? Ich bin mal wieder stupid, ich sehe ihn nicht. Ist es das Teil da? Okay. Wir fahren nach der Gasstation, nach der Bank, und wir haben einen Chat. Okay. Meinte Fortnite Rocket Racing. Äh, wenn dann auf Twitch, wenn eine neue Season dann kommt Anfang des Jahres, weil es hat mir schon Spaß gemacht, ich fand's geil, ja. 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 Das ist Toledo Security. Any updates on the Co-30 Atom? Backup ready to mobilize. Das ist nicht normal. Die Antworten sind aus der Proportionen. Die Kampen in dieser Stadt sind schuldig. Die Alarm hat auf der Piggie Bank. Das sind sie. Was ist das, 67 Sekunden-Response Time? Ja. 4 Autos. Mehr in den Wings. Bad Cops, Garten, dirty money. Fuck how many, we can take this! Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Und schlau, aber ein bisschen auffällig auch, finde ich. Der, der nennt sich der von Scheiß. War ein Fortnite-Lego, äh, ja, irgendwann nächste Woche. Aktuell ist halt ein bisschen viel, mit einem Video und dann noch mal stundenlang streamen. Dafür müsste ich ja auch noch mal stundenlang aufnehmen. Das, äh, ist jetzt nicht drin. Ich glaube, vielleicht machen wir geht ja auch erst mal fertig. Ich habe jetzt, glaube ich, 40 von 69 Missionen oder so ungefähr, sprich knapp mehr als die Hälfte. Wow, der war knapp! Ähm, ja, zwei, drei Streams, dann glaube ich, sollte das hier durch sein, wenn wir die Länge halten und, ähm, weniger lost sind. Eigentlich will ich das Rennen schon gewinnen. Da muss ich ein bisschen tricksen. So, zum Beispiel. Die Fragezeichen-Missionen von Trevor sind lustig. Ja, bestimmt ab und zu mal, aber das würde dann schon den Rahmen sprengen. Also, come on! Ich spiele jetzt die ganze Story. Das ist mehr als man erwarten konnte. Also, sprich, Länge 4-5 Stunden. Ja, wahrscheinlich schon. Nicht weniger als drei auf jeden Fall. Oh, die coole Strecke hier. X-Renition, danke noch für die Mitgliedschaft. Ich glaube, du bist ein bisschen süchtig geworden. Auch. Aber halt auch für die Planung wäre es jetzt besser, es halt schnell abzuschließen, weil, ähm, wir ja, wie gesagt, mit Lego Fortnite noch einiges zu tun haben. Und am Freitag kommt ja dann auch schon der zweite Pokémon-DLC. Also, äh, ja, mit Entspannen ist jetzt nicht. Und es ist eigentlich auch immer gut, die Sachen jetzt nicht schleifen zu lassen, sondern halt zügig und regelmäßig zu bringen. Du und GTA seit meiner Kindheit. Naja, das Spiel ist auf 18. Aber gut, ich habe ja selber San Andreas mit 14 gezockt. Wicht! Jezus, was hat dir so lange gedrückt? Ich hätte dich gewinnen lassen. Easy. Die Story ist schon lang, ja. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht sogar human. Unless, das Gas Station job. Gentlemen, ein Plans für Ihr attention? Gut. Ich werde hier ein Minute langer als ich muss. So, ich denke, unser little experiment hat sich die Antwort zu schnell zu bewegen, und zu stark zu bewegen. Das bedeutet, dass du die Cops' hinwegst. Die Dirty Cops? Die Dirty Cops' hinweg. Hinweg? Man, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Dirty Cops' hinwegst. Ich werde das Volk über den Zankunten. Ich werde das Zankunten annehmen. Ich werde das Zankunten ausführen. Ich werde die Zankunten annehmen und die Zankunten annehmen. Ich werde dir die Beziehung annehmen. Ich werde dir die Beziehung annehmen. Ich werde dir die Zankunten nicht mehr im Hintergrund. Polito Bay ist... Es ist ein Bay. Ich weiß, dass du dich aus dem Wasser wachst, wo Franklin in einem Boot ist, um dich zuziehen. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, aber ich kann das nur ein Weg sehen, Mh, ja, mach ich auch. Mh, ja, also, wenn sich Trevor für ihn stark macht, dann nehmen wir den. Ja, schon, oder? Ist ja auch der Zweiteuerste, also der wird schon was drauf haben. Das sollte man tun. Ich bekomme das Werkzeug zusammen. Michael, du riechst zu Franklin, Trevor. Hm? Du machst, was du machst. Roger. Ich kenne dich, wir sind bereit, um zu gehen. Mh, willst du mit uns? Ich meine, es wird kalt sein, aber, du weißt, ich kassel, ich kassel, ich kassel. Ich, ich kassel, ich kassel. Ich kassel, ich kassel. Was? Ich kassel, ich kassel. Adios, Amigos! Bah... Ich dachte mir schon, so, wie kann er das so genießen? Alter, du hast doch jetzt mittlerweile ein bisschen Geld. Gib's doch aus für sinnvolle Dinge. Aber gut, wir haben dank des losten Chats natürlich auch sehr viel in den Aktien verloren. Aber es reicht doch dennoch, oder? Come on, bro. Egal, als ob er nicht einfach da runterspringen kann, während er das Handy hält. Weißt du mittlerweile, dass man den Bugatti nicht behalten kann? Ähm, also nach meinen Infos musst du den einfach nur in eine Garage fahren und dann wird er doch gespeichert, wie alles andere auch. Sollen wir jetzt schon, also geht das schon los, oder müssen wir noch weitere Vorbereitungen treffen? Ach komm, wir machen einfach mit dem hier weiter. Wird sich dann schon rausstellen. Hab auch gerade GTA 5 gekauft. Heffan, let's go. So, ich wollte gucken, wie viel Geld ich hab. Achso, warte, 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 warte. Der Typ hat gemerkt, dass ich so ein Auto klaue. Natürlich nicht so nice. Oh. Okay, doch. Wir müssen noch militärische Ausrüstung holen. Ähm. Ja, 47.000. Sollte zumindest reichen, um sich was Besseres zum Essen zu holen. Yo, Aktie ist aber wieder ein bisschen gestiegen. Nur noch 30 im Minus. Halleluja. Zu Franklin. Mit ihm die Vorbereitungen treffen dann, oder was? Hä, warum lädt das so lang? War ja noch nie so. Naja, okay, jetzt war, jetzt war das gerade grün. Achso, das... Das gehört noch dazu. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Bro, ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt einfach nach links abbiegt. Scheiße. Und damit der erste Cringe-Fail. 25 Minuten durchgehalten. Ich wollte noch ein bisschen was von dem Grillfleisch haben. Unten am Strand. Die O'Neill-Brothers are coming to us. I think they was about to see one of them Anti-Tank-Rockers into your best Puji Kondo. When one of your roomies told them that you was gone. Okay. So, if you're on the WH, that means you'll be coming through Rattan Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company Chopper and meet you there. Company Chopper? Yes, Michael. It's your tax right off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the wrong. Die aber auch einfach ist. Deal with these business stealing Pricks on the road. Hey dog, can you like get on it? Because these dudes are road and hard. We're five minutes out from the chopper. All right. What the hell? Oh nein, ich habe vergessen, die Spezialfähigkeit auf den... Shit, shit, shit! Oh man, auf einen anderen Knopf zu legen. Shit on me! Look at you go, man! Look at you go! Vollidioten. Sagte der, der gerade noch weiter runter geflogen ist? Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. Ja, es sah ein bisschen aus wie ein Lego City Undercover. Stimmt. Don't worry. Incoming! Incoming? Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Here she is. The biz alley. Remember, she ain't mine. She's the company's. Ah, shit. Here we go again. Look, why do these guys, the O'Neals, want you dead anyway? There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wah! What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah. But I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic. Oh, poor Trevor. I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second. I remember this chopper. We used this to break into the IAA building. You stole it from the FIB? Not so. I took it in lieu of payment. There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies, can you please use it to scan the forest for the O'Neils? Hey, hey! We here on the ground. Them Higdus in the woods! That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. Where sind die denn, Alter? Any of them punks waiting around in the shallows? There's the new golden child. I see just Tieren, man. What? Ah, here is... Nee, do not. Huh? Check the river. They might be trying to float out of here. Beim River ist doch nur Franklin. Okay. Ach, warte. Hier ist einer. Haben die sich jetzt echt aufgeteilt? Ey, es ist nervig wieder. Wobei... Ah, lööö. Guck mal hier. Was? Nein, wo ist der jetzt hin? Digga, der hat sich einfach wegteleportiert. Was? Das war er doch, aber er hat sich wegteleportiert. Oh nein, 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 was? Oh nein, nein, was? Das war Bigfoot? Hä? Oh, was? Oh, was? Wenn du schwimmst, dann bin ich zu. Man, das Wasser ist fucking kalt. Ja, komm. Wo ist er? Alter, dass wir solche Missionen aber auch immer bei Nacht machen müssen. Aha. Irgendwo da oben. Lass bloß meinen Hund in Ruhe, klar. Äh, nein, nicht schon wieder. Wollt man die Waffe noch raus holen hier? Lass ihn in Ruhe. Na großartig. Bisschen weiter hinten und ich hätte ihn wieder zerschellen lassen. Man muss sogar auf einem bestimmten Punkt landen, Alter. Okay. Hä, wieso passiert ihm jetzt nicht, was mir gestern mit Trevor passiert ist? Ja, aber ist das so. Gab auch ein Geist, Isaac? Hä? Was geht denn da denn? Was geht denn da denn? Was geht denn ab? Schnellen? Was geht denn da? Schnellen? 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 Ich weiß nicht, was er passiert, nachdem sie verabschieden haben. Nein, du hast nicht. Ich bin auf ihre Farbe, und dann habe ich ihn verabschiedet. Killed viele von ihnen? Ja! Ich glaube, das war Elwood, Walton, und Wynn, die wir verabschiedet haben. Ich verabschiede Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, und Dawn, und ein paar andere Leute, als ich verabschiedet habe. So, vielleicht ist das eine Art Revenge? Ich weiß nicht. Let's nicht vergessen, dass ich das falsch ist, hier. Ja, du bist definitiv die falsche Partie. Auf jeden Fall. Bigfoot verschwindet, sobald man ihn sieht. Sehr random. Aber dann ist die Sache wenigstens geklärt. Am Leuchten oben auf dem Berg kann man den Geist sehen. Achso, das habe ich ja auch gesehen. Ich dachte, das wäre halt ein Feuer, also irgendein Lagerfeuer. Das haben wir aber, glaube ich, zwei-, dreimal im Visier gehabt. So, dann wollen wir jetzt die Sachen besorgen. Wo muss man da hin? Hier hin? Okay. IHS bewegen sich. Oh. Natürlich ist er schon vorbeigefahren. Oh, was ist das? Fuck. Mann, gib mir die scheiß Karre! Was? 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 Mit der Panzerfaust lieber auf. Ja, aber ganz ehrlich, es ist jetzt schon so verkorkst. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Ich will das jetzt mal risken. Na ja, soweit so gut, ne? Ja, Mann, die ganzen Zivilisten nerven. Ich sehe nichts. Ich werde wieder sterben. Ey! Aber nicht durch den Zivilisten, bitte! Bruder. Ja, okay, jetzt ist es wenigstens lustig. Ich glaube, ich habe alle. Ja, meine Fresse, wir haben es überstanden. Was ein Scheiß. Ich sage nicht, dass ich die anderen Male gut war, aber das ist schon sehr... sehr dumm. Zumindest einen Autosave, finde ich, sollte man da schon geben. Komm mal ab da, du lahm Arsch! Ist das eine Main Mission? Ja, das ist Vorbereitung auf den Überfall. Einfacher gedacht, oder? Als gedacht, oder? Ja, an sich schon, klar, aber... Der ganze Weg hat mich schon direkt getriggert. Dann, dass er auch noch despawned ist. Gut, vielleicht ist es auch keine gute Idee, so viele lange, extrem lange Streams hintereinander zu machen. Weil, logisch ist man dann halt gereizter. Also, sorry auch dafür, aber... Ganz geil konzipiert war die Mission jetzt wirklich nicht. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Fun haben. Hoffentlich. Habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass das die größte Katastrophe bislang wird. Joa... Ich hätte es nicht neu landet. Ja, es ist mehrere Sachen so schief gelaufen. Auf zum Lab. Das war doch gar nicht weit weg. Ja, genau. Ist sogar hier. Äh... Hier. Alles wegen dem Chat. Ja, ne, nicht nur. Also, ich hab natürlich auch... Ich war auch dumm, aber... Chat war auch nicht gut. Wir probieren später nochmal den zu öffnen. Weil ich bin kein Freund von dauerhaft hinter Sperre, aber... Das ging grad wirklich nicht ohne. Das ist nicht verabschied. Das ist... Das ist nicht verabschied. Das ist eine andere von deinen Scheinern. Das ist das. Erst du dich zum Hostage gegen meinen Geist. Dann du dich mit ihr mit einer verrückten Hochschule in der Schule? Sie sind verrückt? Sie ist... Sie ist eine 60-jährige Frau. Sie ist 57 Jahre alt. Und sie denkt, dass ich bin mature. Ja, aber ich sage dir was. 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Das ist die Welt's angriest Mob Boss. Das macht niemanden verrückt. Du hast keine Situation mehr gemacht. Oh! Das ist eine Überraschung. Ich wusste, dass es um dich zu sein ist. Ich vermute meine Familie. Oh! Du bist voll von Schein. Alles, was du verabschiedst, und jetzt, dass sie weg sind, du vermisst sie. Das ist unglaublich. 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 Hey! Hey! Du hast mich rausgebracht. Du hast mich in deine verrückte Welt von Schein. Wenn es Lies, Neue-Age-Schein, und Argumente, über wie gute Leben war, hätte ich mich in Los Santos bleiben. Hallo, Franklin. Was ist denn? Okay. Hier ist der Schuss. Bei denen platzen die Nerven auch langsam. Nicht nur bei mir. Nicht nur bei mir. Ich habe halt Angst, dass dann einer irgendwie in 31er macht, wenn die Beziehungen immer weiter bröckeln. Zwei Coins für dich. Vielen, vielen Dank, Nico. Buchstock. Herzlich willkommen im Vorstand. Ich bin eigentlich der Einzige, der so ein bisschen Trump aus Michael raushört, so von der Stimme. Ich weiß nicht, dass du diese Leute über deine erste Arbeit hast. Tee, Mann. Du kannst einfach so schnell. Du sagst ihm. Ich werde eine Sanity-Checke. Trevor, der ultimative Sanity-Checke. Na, es war Teil der Interview-Prozess, glaube ich, wie du es sagen. Trevor wusste, dass ich zu essen könnte. Ich wollte, ob ich mich selbst verabschieden. Das Geld für Gold kommt durch die Stadt. Das ist der Grund, er hat Geld. Das ist der Grund, der wir ihn und seinen Körper in der Junkyard tun. Na, in der meisten von ihnen, wie du. 50k. Er hat gut gemacht. Er ist besser auf alle Aspekte der Arbeit. Von Bögen bis zu Dismemberment. Der ist dein Gehör. Ich hab dich gesagt, ich habe nicht vergessen. Ich habe dich gesagt, ich habe keine Details. Lassen ihn selber, Trevor. Das ist ein wichtiger Moment, Michael. Hier sind wir. Ist das so ein stabiles Schild? Trump? Ja, ich bin schon. Bei der Stimme von Michael so ein bisschen. Ein wenig, ja. Das war ein bisschen kompliziert als das, nicht wahr, Tee? Doch übelst. Ich finde, wenn man mal drauf achtet, dann... ...schon. Vielleicht hast du sechs Monate gemacht. Vielleicht war ich in vier Jahren. Und diese Kinder ist, weshalb wir keine Beziehungen verlassen. Diese Kinder ist, weshalb wir keine Menschen verabschieden, die du kennst. Ha, ha, ha. Ja. Franklin. Cher? Ja, komm mal, Kind. Es kann nicht besser sein als Trevor. All right, Mann. Shit. Okay. Der Stimme war, wie zwei Stats, Mann. 2G? Du gehst auf deinem ersten Geist? Ah, das ist nicht schlecht, Mann. Mann, der ganze Stimme war zwei Stats. Nur ich habe nichts von dieser Stimme. Die Pack ging weg, Mann. Der Geld war nicht mehr, dann. Die Pack? Ha, 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 ha! Du amatür! Ich wusste, ich hätte nicht gesagt, was du sagst. Hey, Franklin, wir alle müssen in ein paar Mal beginnen. Der letzte Mal, ich sage dir was, was du. Jetzt. Komm mal, ha, 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 ha. Das wäre so cool, Mann. Learn to laugh at dir selbst. Du bist in danger von diesem Mann zu verändern. Wer, ich? Ja. Du. Ich würde nicht lachen, würde nicht hangen. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Leben. Ich verstehe nicht, wie so ein Franklin da mitmacht. Ja, er ist so der Einzige, der vielleicht noch eine Chance auf ein normales Leben hat irgendwo. Weil ich finde, er ist auch der, der Sozialste. Der macht das, glaube ich, wirklich einfach nur halt. Also klar, die machen alle deswegen Geld irgendwo. Aber... HKA. Ich glaube, den kannst du noch irgendwie resozialisieren. Die anderen nicht. Oh Mann, ey. Was soll ich da wieder einsteigen? Timo, da geht ihr für die Münze und äh... Sebastian hat noch fünf Tage gelassen. Einen an den schönen Weihnachten seid ihr auch. Ich könnte eine Restrunde-Brecke nutzen und risken, die ID zu bekommen. Du bist ein Idiot. Ich muss gehen. Das ist Nummer 2. Ja, wir schrauben dich auf. Ich gehe in die Bank. Ich habe eine Baggie. Alles klar, sind wir alle gut? Lass sie ihn! Oh Mann, ey. Weiß ich ja nicht. Also hier wird es auch safe with a face geben, ne? Wobei andererseits, ich glaube wir haben noch keinen Überfall verkackt sogar. Hände in die Luft! Am, keep an eye on our trust and employee! Okay. You got the crowd. Have to be here soon, so keep an eye on! I think the door is ready. Just set this out! Just set this out! Hä? On the floor! Gart hieß es, ich sollte wechseln. Däh! Als ob die da so viel Geld haben! Was? Wird das nicht normalerweise über mehrere, äh, abgestimmte Zeitpunkte abtransportiert? Ach, Meera, das ist schon... Leichtsinnig. Okay, der ganze Scheiß mit dem Milizärkonvoi hat sich halt nicht mehr doch gelohnt. Wir sind halt so krass im Vorteil eigentlich. We're blocked in here! We won't be for lost! Woohoo! We're having the price of gas keeps on rising! I got a minigun you humorless prick! Chopper! Peace! Down the bird! It's skipping! Your dad is coming now! Crazy! Easy! Nur man ist halt scheiße langsam mit so einer Rüstung, ne? Das ist der einzige Nachteil. Oh fuck, den Zivilisten wollte ich gar nicht treffen. Es war ein Versehen. Ich liebe diese Mission, ne? Ist schon wirklich krass. Du hast genug, dammit! Gib es auf! Hey Frank! We need another escape route! Can you find a vehicle? We need another escape route! Gut, dass wir Trapper spielen. Aber mit so einem Ding einfach so auf der Straße rumlaufen. Das ist selbst für Amerika ein bisschen zu wild. Das ist mein Stand-Up-Gunfire! Es gibt ein paar Konstruktionen rund um den Weg! Nein! Die Truppen sind hier! Was? 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 Warte ich mal vor, wie krank solche Missionen dann in GTA 6 aussehen werden. Ich glaube das könnte meine Lieblingsüberfall-Mission werden. Du bist ein dummass Soldat! Du willst fighten? Selbst wenn noch was schief geht. Ist auch viel besser und übersichtlicher als die andere Polizei Mission aus dem letzten Stream. Aber klar, man ist auch ein bisschen OP, ne? Toll. Vor allem mit ihm hier. Ach, muss ich mit Michael? Okay. Haben wir eigentlich noch irgendeinen anderen geilen Scheiß? Fanaten. Oh. Warum hast du Geld verloren? Eine Frage, kann ich dir nicht sagen. Ein Panzer? Nee. Du bist gut. Hey, ich hab's... Nee. Hey, jetzt für einen anderen Idiot. Wir holen die Armee ab! Wir warten für Franklin! Es ist leichter gesagt als nicht! Ja! Wo bist du? Wir verlieren die Armee ab! Oh, ich dachte ich bin tot! Was? Wollen wir jetzt damit den Panzer wegräumen oder was? Nein, wir verlieren wieder Geld! Ich glaube, je langsamer man ist, desto mehr... Oh! Was soll ich jetzt machen? Je langsamer man ist, desto mehr Geld verliert man, glaube ich. Warte, was soll ich denn tun? Ich glaube, ich fahre einfach weiter. Man verliert durch jeden Treffer Geld. Oh. Na gut, aber ich sag mal so, wir haben einiges am Puffer. Nein, das Ding ist so scheiße langsam! Die sind aber auch dumm. Die müssen einfach mal eine richtige Straßensperre aufbauen, dann habe ich keine Schau... Oh! Ähm... Alter, warum schießt der Panzer eigentlich nicht? Der hätte mich finishen können, aber auch ganz entspannt. Ja, geil! Und jetzt? Was? What the hell? Hä, wie... Lost! Ja gut, jetzt wird's ein bisschen schwachsinnig. Also, dass der Panzer mich halt nicht trifft, ist schon... Unsinn, finde ich. Mach' ich irgendwas falsch, oder? Wieso ist das Ding so scheiß Alarm? Nein! Warum sind hier Hüter? Ach, ist das ein Schlachthof, oder was? Oh mein Gott... Ah, die haben sich da auch schon verschanzt. Was? Vor allem drei. Ja, zwei oder drei Panzer waren das. Ist schon... Na... Unsinn. Fuck! Nice. Was macht der Mitarbeiter da oben? Renn doch raus! Hier ist es eigentlich ganz chillig mit Michael. Oh, 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 oh. Vor allem jetzt, in der Situation. Ich glaube, wir sind in so einem KFC-Lager. Wäre eigentlich ganz gut, das wegzusprengen. Du bist in der Weg! 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 Hey, Mann, die Leute sind in der Weg! Du bist in der Weg! Du bist mit mir! Wir kommen durch! Der letzte Begriff! Können wir hier raus! F! Laune geht's besser! Ja, 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 alles gut. Bei der geilen Mission kann man ja ne gute Laune haben. Das ist jetzt... ein bisschen Schmutz. Wieder vor! Hey! Slip out of town and call Lester for instruction! I got moves! You're wasting the Trevor Phillips egg, my friend! Chef, call us the brake, people! Let's get our train! Train! It's our only shot! Here we go! Right here! Get on! Du kannst die Snacks im Inventar snacken zum Wielen! Ich habe Snacks? Jetzt sagt mir aber nicht, dass ich die schon von Anfang an hatte. Let's go! Schon wir hätten Granaten auch nehmen können. Easy, easy! More friendly! Agent Sanchez! Our very own corrupt G-Man in training! You gotta be careful, buddy, alright? Because they are looking around these trains for illegals! And if you're mistaken, you'll be shot, amigo! Very amusing! Yeah, if you're expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie! Right back at ya! Got the money? Everything we got! Okay, and here's your cut! Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win! Oh yeah, that's a huge fucking win! Woo! Monsters! I'm out! Agent Haynes will get in touch with you once Operation Saved the Worlds ago. Got your crew together, okay? Fucking punk! Alright. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country! Come on Franklin! Man, I'll holler at you home. Fuck, come on. Geht nur online. Okay. Ich hab auch nirgendwo welche gesehen. Wär ärgerlich gewesen, aber dann ist ja alles gut. Boah! Jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Geld zum verplempern. Oder in tote Aktien zu stecken, die vom Chat empfohlen werden, Kappa. Michael ist blau, ne? Dann können wir das eigentlich gleich machen hier. Ja. Gute Bezahlung. Absolut. Aber auch wirklich absolut gottlose Mission. War das Phil Collins? Da gibt's diiiiirekt wieder den Claim. Da gibt's diiiiirekt wieder den Claim. Okay. 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 He is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes. He's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scoffed? Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong. All wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes. I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy. All right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough, so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! Oh! This better be fucking good! Oh! Jesus! Fuck! Ah! Man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home. This is how you repay me? It's like living with a fucking horny Skunk. Yeah. Let's go under Ratten Canyon Bridge and a boat. We'll stay in touch on the headsets. How many percent of the story do you have? About 60 percent, I guess. Baloo, thank you very much for crazy 50 coins for the person, who made this scene from 10 Thumbnails. All right. So I'm taking a car. Spure a boat. 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 Make it a fast boat. Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. So it's like gold bricks on board, right? Sometimes? This is a high value courier service run by, haha, Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's good, it's too valuable to ensure for air travel trains. Gold. Sometimes gold. Sometimes our work priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Like a mirage in the desert. Here's my train. Aber so lustig, dass Trevor sich jetzt wirklich an die ran gemacht hat. True, true! Und ihr bleibt ja auch nichts anderes übrig, als sich mit ihm einzulassen, ne? Oh no. Jetzt geht's his face. Oh no. Okay, I'll pick him up when I'm back in the trailer. Back in the trailer? Where are you? We got work to do. Yeah, yeah, I know. That's why I'm getting changed. Oh no. Getting changed? What have you turned into? Ja, komm. Ja, komm. Alter, das sagst du ja schon wieder. Ja. 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 Oh man. Ja. Ja. All aboard! Ich dachte, es kommt eine Sequenz. Fuck you. Das ist doch nicht dein Ernst. Wofür diese 5-Sekunden-Einblendung gerade? Jaaaa, genau. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ah, da haben sie jetzt an den Checkpoint gedacht, ja? Mhm. Shit, 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 shit! Was denn? Ah! Es gibt einen neuen Konduktor auf diesem Trennen. Du bist auf der Wasser? Klar, nur ein Fisch. Ich weiß, was du hast du mir. Du hast es? Möchtest du? Du bist unter diesem Bord. Wenn wir nach Toledo fahren, wird der ganze Merriweather mit uns sein. Wir sind zurückgezogen. Sorry! Am, Am, I ain't far out, you under the bridge. Approaching the inlet now. I'm powered through to the bridge. Gemeine Sequenz, yo. Dachte ich bin safe, und dann geht's einfach weiter. Andere Art von Hypetrain. Also Musik war schon wieder sehr geil. Mit SDRG machst du auf Motorrädern Wii. I'm living the life, my friends. This is quite a spot you picked. Enjoy it now, because it's about to start raining fire. Komplett lost. Ey, er hätte auch erschlagen werden können, ne? Doch ich glaube, soweit denkt er gar nicht. Jetzt, wenn ich ein speedfreak-kannibal war, was würde ich ein Train zu stehlen? Nicht smart! Find die Lütte! Unser Moment der Judgment ist schnell gekommen. Die Schmerzen sind weh, Mikey! Öffne das Fahrradfahrt! Alter, warum kannst du nur in eine Richtung scrollen? Ja genau, ich mach jetzt Radio an, weißt du? Oh man. Das ist's. Wie wird das Auto gelangen? Wir sind schon gerade. Wir werden ein paar Explosionen verknüpfen. Wir werden hier die Explosionen rauchen. Schau. Okay. hmmm come on come on come on let's get out of here it's dark and white and loud in here t alright oh do you want a no 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 wherever you want places grab something already snipers on the bridge you still got that thermal scope on your rifle find a shooter with it before they find me was Wie lange die nachladen müssen, aber gut für mich. Ist er jetzt mal fertig, langsam? Na also. Ja, das war aber auch geil gerade. Alter, ich lässt nämlich jetzt gegen die Strömung ankämpfen, ist ja blöd. Kann ich sein Ernst sein? Welchen Special findest du von den Chars am besten? Trevor. Oh no. Wow. It's not over yet. Heftig. Schöne Wildwasserfahrt aber. Wer wäre zu dir rüber gefahren mit dem Boot? Ne man, der hat sich null bewegt, die Frau oder so. Achso, an dem Punkt wo ich stand und geschossen hab. Ach ja, gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hey, du hattest deine Schuld. Das konnte ich nicht akzeptieren, weil du die Identität verletzt hast. Du weißt, es gab nichts für Brands Defensive. Ron organisiert den Transport für uns. Nimmst du die an Weihnachten frei? Ähm, ne. Kommen jeden Tag Videos, aber ja, an den Feiertagen schon weniger, weil das haut da dann auch keiner. Das hat die, also. Denn von deinem Geistitätszabend. Hey, hey, hey! Hey, bevor du fahren, zeigst mir den Hut. All right. Perfieni. Perfieni für was? Für kleing Dinge mit dem Mexikanischen Psycho. Du ihn das, und du endest deinen Urvers zu, mit der kleine Frau. Ich sag ja, es wird immer rabiater. Ich sag ja, es kann nicht sein, ich habe nie gesagt, ich habe nie gesagt, ich habe nie gesagt, einfach sehr schwierig. Verge ein Suicidal? Das ist eine Länge, die du Angst hast? Komm schon, Tee? Du erinnerst die Träume? Ein paar Kinder, die Arbeitspläne, die große Sache. Ich weiß, es war verrückt damals. Aber hey, du und ich, wieder zusammen. Mit Lester und Franklin, wir können das Ding machen, Tee. Das ist kein Traum mehr. Du hast das Gesetz. Fuck, okay, hey! Okay, hier, keep that silly fucking thing! Und du kannst auch Patricia halten, okay? Weil ich mich das Frau, und ich werde sie nicht wiederholen. Danke. Just remember, I'm going to be keeping my eye on you every inch of the way, all right? And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm going to do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! He doesn't take a good route. Hey, but why would the chat find the ability of Michael at the worst? I don't see that. It would be good if everyone were in the time loop except Michael himself. Also, I don't know, most of them probably play on the console. But with the mouse control, that's a really great advantage. Hello, Tally is on the line too. Hey, Trevor. All right, I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah, 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 I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff, get back to Los Santos. Just, uh, give me a week. We got the equipment with your Pulido money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Shit! Los Santos ain't going anywhere, bud. Ich denke, wir sollten wechseln. Ich denke, wir sollten wechseln. Egal. Agent Steve Haynes. Hey! Was macht der schon wieder? Aber er ist on the way, guck mal. Wobei, warte mal. Das ist grün. Das heißt, das kann nur Michael machen, oder? Wobei manchmal, wenn man zu den Zielen fährt, ist dann auch der richtige Chart direkt da. Ja. Ja, spiele auf PS5, hat zwar Auto-Aim, aber nie aktiv bei Zeitlücken benutzt. Also ich finde Michaels Fähigkeit schon nützlich. Die, die ich als unnütz empfinde, ist die von Franklin leider. Nee, grün ist Franklin. Shit. Ja, ich werd's nicht mehr lernen. Was? Hallo, wer ist das? Es ist Amanda. Amanda DeSanta. Wir haben uns in meinem Haus. Oh, ja. Äh, shit. Wo sind Sie? Schau. Ich weiß, dass Sie und mein Mann und Trevor Phillips sind... Ich weiß nicht, was du da bist, aber ich kann eine ziemlich gute Frage machen. Ich weiß nicht, was du da bist. Es gibt ein paar Dinge verrückt. Er ist okay? Ich denke, okay ist die richtige Sprache. Aber er ist alive. Du solltest ihn nennen. Er will das. Ich will nicht mit ihm sprechen. Ich wollte nur wissen, dass er nicht tot, woanders ist. Dankeschön. Ich weiß nicht, dass ich ihn da bin. Okay. Aber er ist nicht so gut, ohne seine Familie. Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass er nicht so gut ist. Wo ist denn das nächste Ziel? Weil L war ja immer Side-Quest. Hier gibt es einen Bug. Du musst kurz wegfahren und zurück. Und der Bug wurde in all den Jahren nicht gefixt? Bei der Mission ist damals das Boot bei mir nicht gespawnt. War ein Bug, weshalb ich die Story da erst sieben Jahre später weitergespielt habe. Was? Hä? Ja, aber was ist das denn? Also, das Spiel ist zehn Jahre draußen. Warum fixen die den Bug nicht? Alter, das ist... Bruder. Ja, tatsächlich. What the hell? Hä? Was ist das denn? Mann, das ist verdammt, Mann. Ja, naja, das wird es nicht wichtig. Wir werden alle über eine halbe Stunde sterben werden. Was geht's, Leute? Hallo, Trevor. Was hat dich gehalten? Business, Michael. Business. All right? Ich bin der CEO einer großen internationalen Corporation. Es ist sehr langweilig. Nichts, natürlich, du wirst du verstehen, als ein Junge von Leisure. Sie wissen, Franklin, wenn es eine Sache gibt, die du lernen kannst, von uns zu sein... Bitte... Dann können sie dich schrauben. Wenn du etwas gemacht hast, geh mit dem Busy-Man. Dieser Ritz-Fuck ist nicht wertvoll. Oh, 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 man. Könnt ihr euch das weg? Oh, schau! Jungs, ihr Jungs, es sind die Feds. Hey! Wo sind die anderen drei? Was sind die drei? Wir haben gesagt, wir bringen sie sechs. Das ist ein sechs-maler Job. Nein, ihr habt nicht. Dave hat es? Nein, Dave hat es nicht. Du sagst, dass du es gemacht hast. Das ist eine Frickin-Lie. Ich habe keine Dinge falsch gemacht. Okay, gut. Dann sind wir weg. Ah, 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 ah. Ihr drei können es alleine machen. Und ich, du, du. Du machst dein eigenes Dirty-Werk. Hey, ich mache mein Dirty-Werk jeden Tag. Machen die Lande sicher, von einem Scum wie du. Und du machst ein tolles Job, Herr. Hey, ihr wollt dieses Job fertig? Dann komm mit uns, huh? Komm schon, komm schon, Herr Leisure-Werk, Herr Depressed Accountantin. Los geht's nach Amerika. Wer sind wir von dieser Zeit? Das ist die reale Sache. Meine Sourcen sind überzeugt. Es gibt ein Plot in International Affairs, die Agency, und sie verwendet diese Facilität um eine wirkliche Nerv-Toxik zu machen. Bullshit. Ja. Und sie planen, in ihrer Mind-Blohung-Insanität, um einen großen Terroristen zu verlassen, in einem metropolitanen Bereich, damit sie weiterentwickeln können. Nichts erhöht das Geld für Terrorismus zu kämpfen. und wieder mehr als die Vorbereitschafts zu machen. Okay. So, lass mich das direkt, dann. Nein, 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 nein. Das ist kein Punkt, das ist der Punkt. Wir machen das! You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Lieben, danke für eine Münze. Lieber Super Lakitu, danke dir für auch 50 Münzen, das ist sehr viel. Und einen schönen zweiten Abend, ebenfalls. Even fights. You'll die in the Ignam Mini you deserve. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here it goes! Diese Angel, sie macht das Nervengift für GLaDOS aus Portal. Ey, ich hätte so gerne einen Portal 3, man. Rip Ronaldo? Hä? Gaming Kohle, danke dir für die Mitgliedschaft von vorhin. Ich reagiere immer eine halbe Stunde später, weil halt, äh, zu viel geredet wird hier. Und Gabriel Jentsch auch für 25 Münzen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir. Ist das so überhaupt richtig? Nein, oder? Ach, ach, jetzt sehe ich's. Bruder. Safe, rip. Hast du noch mehr kleine Facts für mich aus dem Instruktionen-Manual? Ich dachte, du wirst ein paar Intelligenz auf das Erkrank, die wir gesetzt haben, mit deinen Hard-Wan-Fundern. Ha! Ich habe gedacht, es wäre alles in einem Warn-Drill voll mit Windbreakern. Oh, und vielleicht ein paar Nippelklampen. Ach sooo. Och, komm. Die haben doch Cutten gesagt. Ja, jetzt reicht's eh nicht mehr. Gottverdammt. Wenn wir krank sparen. Ist das nicht so umständlich? Duuuuud. Das wird sehr knapp. Das sollte das machen. Das sollte das machen. Pfff. All right. Wir gehen nach die Vente. Findet ihr Punkt. Du bist sicher, dass das Ding rauskommt, wo du denkst? Die Intel ist gut. Wir sind 100 Meter raus. Ich fühle mich, dass ich eine colonoscopie für die Statue der Glückwunsch. Schöne Veränderung vom Trever-Phillipses-Ass-All-Day. Du fühlst das? Die Wasser wird wärmer. Du wäst deine Pantene, Davy? Das ist ein Kühlungs-Tunnel. Natürlich wird es wärmer. Niemand hat uriniert. Äh, ich weiß für ein Fakt, dass das nicht wahr ist. Danke für nochmal zwei Münzen blieben. Echt schade, dass wir am Anfang so ne Schmutz-Mission hatten, weil ich finde heute kommen irgendwie saugeile ansonsten dran. Mitunter sogar die Westen irgendwie. Die Trolls sind echt nervig. Ja, ich glaube wir fangen jetzt auch an zu Permabannen. Also ich hab dann auch keine Lust mehr. Also an die Mods bitte, wenn irgendjemand wirklich dumm ist oder trollt. Dauerhaft blockieren. Die Trolls sind. Wir sind bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Wir machen das mal, Davy. Was ist der Plan? Hey, hey, hey. Wir befinden uns die Toxin und schauen, um unsere Strategie zu lösen. Das ist das, was wir haben. Great, gehen wir weg. Bankrober, setz dich auf den Faser zu entdecken. Davy? Du bist auf den Punkt. Ich lege aus der Rückseite. Gegen die Wand, schnell! Wuh, wuh, wuh! Gib es ihm, Townley! Echt jetzt? Können wir gehen? Na ja, gut. Ich glaube, der ist nicht tot. Ich glaube, der ist nicht tot. Spark ihn auf, Michael! Okay! Nell, auf den Elevator! So, wie sieht ein Neurotoxin aus? Du musst auf die Basis wissen, Bankrober. Shut ihn! Elevator kommt! Body auf dem Bord! Bleib auf! Bleib auf! Out! Grab die Karte! Wieso kann ich nicht mehr schießen? Stank! Wir müssen gehen! Die Karte-Order geht nach links. Ich musste gerade krass nachladen. Lass uns gehen! Ich bin hier durch! Bleib gegen diese Wand! Sicherheit ist bereit, um hier zu kommen. Wo hier? und sind valken. Damit sie nach dr œ�� werden. Aber dann denkt. Da? Das ist schlecht! Wir machen jetzt einen Start-Up-Weilchen. Sie sind nur ein Pintricks. Was kann ein Pintrick tun? Dir so? Das Alte. Sind auf. Die Zarte! Wir haben kein Zeitpunkt. Wir haben zeit. Äh! Wir sind in Schädel, Tazers, ja. Krank, oder? Ich hoffe, die leben noch. Ich will sie nicht kennen. Ich bin ein Schädel. Ich bin der größte Mann im Land. Ich bin auch der größte Angst. Oh Mann. Danke für die Regierung. Ach komm. Oh mein Gott. Ach, kann man, kann man mit Zeitlupe häufiger schießen? Aber man muss halt schon super lange nachladen. Ach so, ich kann jetzt auch die anderen Waffen benutzen. Das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks. Das ist einer meiner Lieblings-Soundtracks. Ich habe jetzt Angst, dass da welche aus dem Aufzug raus kommen, aber... Alles fein. Hä? Verdammt! Wir müssen den Nervenagent in eine Refrigerationsunit. Sicherheit alert! Sicherheit alert! Sicherheit alert! Man muss sich ducken zum Heilen? Wieso denn das? Ich kann, we welche ausgehen. Wieso das ist? Ist das nicht. I phare das. Das ist echt so. Boah, ich dachte, die Granate ist eine gute Idee, aber fast wieder down gegangen, dumm. Das sind die ganzen Versuchstiere, oder was? Das machen wir, los! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Die Anforschung muss kommen! Ich würde nicht so überrasen, wenn sie die ganze Stadt auf der Lockdown haben! Das ist was ich. Ich habe einen nerd-fuckin-agent in meinem Büchle und ein Battaglio-Sum- Oha! Ja! 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 Ja, aber sonst läuft's ja! Das mit der Deckung wusste ich ernsthaft, das ist jetzt auch nochmal. Das ist halt auch wirklich das einzige Spiel, das ich kenne, das kein Auto hier hat, außer man duckt sich! Das ist hier halt sehr vieles sehr eigen und das muss man halt wissen. Geht aber nur, indem man sich einfach mal reinwirft und es halt spielt, auch wenn es hier und das Sloppy ist. Und wir brauchen einen Flank-Big-Rig jetzt! Ah shit! Hier geht's wieder! Schieß ohne zu zielen, wenn du in Deckung bist! Weiß ich nicht genau! Warte mal! Warte mal! Nein, nicht easy! Es gibt ja auch teilweise so weirde Controls, ja. Es ist wirklich in einigen Sachen sehr sehr eigen und deswegen muss man das halt lernen. gut! Ja, du gehst! Ich stehe in Deckung! F*****! 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 Ich bin glücklich, dass ich nicht einer von ihnen bin! Komm! Los geht's! Ah! 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 Oh! F*****! Ah! Was ist da nochmal passiert? Wo ist Agent Hanes? Das hat auch so Autoheel. Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum ich vorhin verreckt bin. Scheinbar kann es dich aber durch Dicken triggern, was natürlich schon ein krasser Vorteil ist, wenn man das weiß. Wenn du ziehst, kannst du mit der Stromtaste eine Rolle machen. Das ist meistens auch sehr nützlich in brenzligen Situationen. Danke, MG. Gut du know. Oh nein. Tschüss. Und auch, dass es immer an so einem bestimmten Fleck gelandet werden muss, oder dass du an so einem bestimmten Fleck gehen musst, ich hoffe, das ändert sich auch. Wenn es sogar eine kämische Kämische ist, könnte es auch eine kämische Kämische sein, für alles ich weiß. By the way, nächste Mal, du wirst wälder. Oh, aber es wird nicht eine nächste Mal, will there, Davy? Es wird niemals. Ich werde mein Bestes für dich, ich immer versuche. Ja, vielleicht diese Mal, wir werden Glück. Vielleicht diese Mal, Steve wird durch die Strahlung von Interrogation-Technikken. Interrogate ihn? Are du ein Böder? Sie werden ihn wahrscheinlich decorieren. Hey, Davy, deine Freunde von der Agency sind hier an, du weißt? Huh, du und Stevie? Just try and keep your heads down. Ja, putz. Was ist das? Oh, fucking A, yes! Was ist das, Mann? Meine Tage in der Wildern sind vorbei. Lester, er hat sich mit dem crazy Mexikan-Möchigen-Möchigen. Er hat ihm das Artifact. Jetzt, als ich Trevor überfügt die Frau, wir sind gut. Aber was ist das, Mann? Ja, fuck ihn. Er liebt die Dessert. Besonders, wir machen eine große Schöne, wir werden alle unsere eigenen Weg gehen. Oh, Mann. Ich kann nicht warten, um zu zurück zu diesem Filmstudio. Ja, okay, Mann. Was ist das? Ich werde dich später, dann. Was ist das? Was ist das? Ich sage dir, was, du kannst du diese Dessert und es sichern. Mein Leben ist vielleicht ein Welt der Schöne, aber von hier auf her wird es ein cooles, komfortes, der Schöne, der Schöne, der Schöne. Geh es einfach. Nice. Wenn du dich duckst und dann schießt, ohne Rechtsblick, kannst du die Gegner treffen, sie dich aber nicht. Du hast eine wunderbare Zeit, Trevor. Aber wir beide wissen, dass ich ein Vögel mit meinem Vater gemacht habe. Ich weiß nicht. Du hast eine große Schöne in dir, aber du bist ein schönes Mann. Ich habe nie so glücklich, so schuldig in meinem Leben. Du hast ein schönes Mann mit Worten. Rizal, 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 Rizal. Rizal, 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 Rizal. Rizal, Rizal, Rizal. Ich bin nicht zufrieden. Ich gehe nach Hause. Schau! Gott, Gott, Gott! Ich weiß. Kannst du die Musik anlassen, ja, ja, ich reskiere es. Dann müssen wir doch einfach bei ihm bleiben, wenn er es ernst meint. Das sind jetzt beides nicht die Vorzeigemänner, aber... Ja gut, der hat halt mehr Geld, ne. Noch. No. Stay. Das war's. Das ist verdammt perfekt! Danke Michael für die Statue! Es ist exklusiv! Ja! Ja, ich will! Das geht ab. Ja, jetzt machen wir mal aus. Bei dem letzten Stream von GTA fehlen 40 Min. Ich weiß nicht welche, weil ich keine Zeit hatte live zuzuschauen, aber es fehlt was. Das ist ganz normal, ich schneide jeden Stream nochmal zu für die Leute, die nachschauen, weil es schauen sehr, sehr viele Leute, die streamen immer nach, mehr als sie glaubt. Und ich habe das eigentlich auch schon immer so gemacht, dass ich halt gucke, okay, was das war jetzt halt kranklost, wo man super viel gefailt hat. Die Szenen am Anfang von diesem Stream, die werden garantiert auch gekürzt, da könnte es sicher sein. YouTube braucht halt immer so ein, zwei Tage, um das zu verarbeiten, aber das war schon immer so. Es gibt so gut wie keinen Stream, den ich nicht kürze. Sorry, ich mache mir Gedanken, wie man den Content verbessern kann, selbst bei Livestreams. Für die Leute, die es nachschauen, damit die halt, ja, einfach... Also es soll halt näher an ein Video rankommen. Wird es natürlich nicht ansatzweise, aber halt ultra unnötige Sachen kann man, finde ich, schon rausnehmen. Ihr cousin? Ihr ain't my G-damned cousin, Trevor. Ich dachte, wir waren Familie. Bitte, bitte, geh und schau mal jemanden zu einem anderen. Wer der F ist das, Floyd? Nein, niemand, mein Lieber! Hey, bei any chance, hast du die Krabs auf diese Konferenz? Ah, Floyd! Ich habe gehört, dass diese Konferenz sind normaler kleine Fockfest, hm? Kann ich in? Ich möchte, dass du weg, jetzt! Oh, ja. Some serious corporate gang-banging going on, right? Ja. Ja. Mit jeder Exekutive und Direktor von Kommunikation, von hier zu Bangalore, von hier zu Bangalore, von links, von links, von links und links, in dem Namen von Team Training, right? Ich meine, das ist das, was Floyd hat mir vorhin gesagt, als er schauelt auf meine Penis. Ich möchte, dass du weg bist, jetzt! Schau, das ist alles, was ich habe. All right, ich hatte eine schwierige Ausbildung. Mein Vater war nicht nett mit mir, okay? Schau, Deborah, ich liebe dich, und ich liebe dich auch, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know, that's not normal, but in this crazy, crazy world, this normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd! Will you marry me? Get out of my condo! Und verzweifelt ist. Wie geht's? Und du auch, Floyd! Ich hab ihm gesagt! Ich habe eine karte, ich nicht, das ... Das, das ... Crap! Ja, was denn? Hier. Ich habe mich versichert. Du bist ein Crap, Floyd. Crap! Du bist kein Mann überhaupt nicht. Bob weiß genau so. Wer ist das, das für dich. Oh, wer ist Bob? I want both of you to go now you and your weird friend whoa hey my name is Trevor sweetheart I could give a fuck what your fucking name is I'm not afraid to use this I'm not Yo You people are not very fucking nice Eh Oh Hey there Trevor Hey there Wait did you meet Deborah interesting lady I should probably go say hi I wouldn't why not let's go get in the car all right let's go have the time of our lives Oh I know exactly Oh Yes I can run in against Floyd and Deborah I know she seems kind of uptight but she can have fun No I don't think she can wait Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there Boy's trip Exactly Oh Trevor Maybe you got all over yourself You're all red You got You got syrup Yeah Syrup Accident We've all been there We sure have but 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 it doesn't take back here Don't taste me All right Just No licking Okay Hey you remember when we met Sure What the hell Trevor Trevor must so sehr ausgerastet sein Dass das sogar geschnitten wurde Luke Casey bell and kush kronik and And you stopped in sandy shores to get lit And you met a dealer and he looked after you When your friends had abandoned you That was weird weren't it? The last time I saw them it was with you driving out to a quarry and then they just disappeared Poof Right? I mean they were gone Some friends right? And now cousin Deborah don't want you around I mean there's a pattern here The Congo did get messy The pattern is you can't rely on anyone anyone except me Look this is it So this is where Floyd is going to meet us? Your strip club? Oh yeah I don't like him He's a real home buddy He loves that apartment Interestingly You and me We got a new home Where? Hmm 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 Here Hmm right here Here? Hmm Here Now I know it's unconventional but that's the way we roll homie Hey you two You two I want you to give this boy a good time For a long time Hey Gorgeous Gorgeous Tell me where the manager is for this plan established Through there and take two doors to the right Hmm hmm Through there To the right Thank you Amigo Where to meet your new partner Stimmt Das war vorhin ne klassische Pokemon Schwarzblende True Danke dir blieben nochmal Huh Hey Lester Hey Trevor just called about the The big one The UD You know anything? Yeah I told him we could hit it You down? Of course I'm down Look I'll get my research together and meet you at Trevor's He's taking over the vanilla unicorn gentleman's club All right Message Franklin Das war auch mal wieder eine komplette Psychose Mission Aber ich mag diese Comedy Mission eigentlich ganz gerne Was ist denn das für ein Zettel da? No Oh Hello IT guy What's up bro Look I know you aren't still fixing computers for a living When you gonna throw some work my way Hey if you're right for a project I'll be in touch okay Okay but don't forget about me Ich muss jetzt zu Franklin Ja aber wieso hat das dann zu Michael geschaltet? Ich sehe sogar nur ne Trevor Mission Ne warte Wer war blau? Boah Das muss aber Michael sein Wieso sollte das Spiel denn sonst zu ihm switchen? Das macht ja immer Boah keinen Sinn Aber ich glaube wenn man zu Trevor wechselt dann müsste die bisschen noch eigentlich gleich losgehen oder? Blaues Michael Ja dann Kurz gucken ob der Bugatti da ist aber wahrscheinlich nicht Hier hinter dem Berg Es gibt auch das Gericht man muss erst mit der Story durch sein Oh Maschallah Also Trostpreis haben wir auf jeden Fall Ich werde dein Auto benutzen Ich werde dein Auto benutzen Hehehe Oh Oh Bugatti ist nicht da ne Okay Hä warte doch Doch das ist er doch Also der kann auch hier auf der Straßenseite spawnen Eigentlich hier Aber Doch das ist er Oh Schmck Oh, der ballert. Ja, ja, moin. Was ist das denn noch für eine scheiß Schrottkarre, Alter? Ja, verpiss dich. Imagine that Bugatti despawned jetzt. Was ist diese Schrottkarre hier? Was? Was? Nein! Was? Nein! Das kann nicht wahr sein! What? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 What? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Ja, wieder wilder Ritt Nice Warum holen sich die anderen Beile eigentlich nicht auch so eine Villa? Oder vor allem Trevor Ich gar nicht Achso, jetzt können wir nochmal gucken wegen dem Bugatti, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir da keine Chance haben Ja, allerdings Hier oder wie? Nee Nee, auch nicht Weißes Auto habt ihr halt vorhin geschaut Achso Ah ja Na dann, let's hope One of your finest taxi cabs, please I'm sending one out right now Ich bin hier Du musst mit Mike den Bugatti holen Wieso das denn jetzt schon wieder? Dann gehen wir halt auf Nummer sicher Damit es jetzt am Ende des Tages nicht daran liegt Ja, der ist halt immer noch da drin jetzt Die Gebüste ausging aus der scheiß Villa Auch gut Du hast ihn ja auch mit Michael verloren Das ist Charakter gebunden? Als ob Ich wollte gerade fragen, was muss sich der denken? Sorry, ich darf mich nicht bewegen, hat der Chatgeber das letzte Mal gesagt Sorry Ich mache nur, was sie sagen Was oft falsch ist, aber Ich glaube in dem Fall am Direkt Hey, bist du Bist du bescheuert, du dumme Nein Fuck, ich habe noch kein Ziel angegeben Und natürlich kann man hier die Map nicht öffnen Man kennt ihn Man kennt ihn Okay, der fällt jetzt weg, Decker Bro Halt! Meint, ich finde noch einen neuen Fahrer? Boah, Rihanna versteht keinen Spaß Die Bullen auch nicht Die Bullen auch nicht Ja, dann fahren wir halt wieder selber, ne? Man kennt's Also, man könnte wirklich so ein nice és best-the-box machen Du kannst als Taxifahrer Geld verdienen. Alter, was geht denn noch alles? Der Bugatti ist doch despawned. Ja, keine Ahnung. Ich klammer mich jetzt an dieses winzige Stückchen Faden der Hoffnung. Ich bin ja selber der Ansicht, dass da nichts sein wird. Aber komm, die versuchen es schnell. Einige meinten auch, die Polizei hat ihn abgeschleppt. Da war es bei Polizei, aber ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hatte. Mann, das schöne Auto. Ja, ich denke, man spätestens durch die Mission ist. Das ist dann eh weggenetet. Alter, das ist auch noch nie passiert. Was? Vor allem, wieso lebe ich noch? Hat er jetzt Totalschaden? Nee, fährt noch. So ein bisschen. Du kannst auch Minigold spielen. Ja, das habe ich mitbekommen. Oh, das ist doch eine schöne Fahrt. Was wollt ihr? Oh, das Ding kann aber kaum mehr lenken. Und hat auch einen Linksdrift. Oh mein Gott. Nee, die Karre, die ist wirklich nicht mehr fahrtauglich. Jo, vielleicht soll ich die wahre Waffe wegnehmen. Ich weiß ja nicht. Deswegen immer anschneiden. Ja, true. So, äh, wo muss man da jetzt rein? Oder stehen die dann einfach hier? Heißt, ich habe verkackt. Achso, eh. Ja, rip. Ist nicht dabei. Weil, der heißt doch Adder in dem Game. Totalschaden erst, wenn er brennt. Okay. Ja. Wie erwartet, rip. Aber komm, finden wir raus, was ist das hier für ein Ding. 250 ist ja nix. Egal. Dein Ernst? Jo. Thema erledigt. Nur die ersten, die ersten drei L-Missionen sind Main. Okay. Was willst du? Ich bin dein Freund. Ich will nichts. Komm, deine Firma ist gut genug. Gleich wie immer. Ja, danke. Ich habe das wirklich geholfen. Also, Familie ist noch nicht zurück, hm? Nein. Ah, sie ist ein verdammter Fynn, Mann. Außer all dem Chaos in den letzten paar Wochen, ich glaube, ich habe es endlich herausgefunden. Ich weiß, es klingt schrecklich. Nein. Es ist eigentlich nicht schrecklich. Sie wissen, weil du, du bist ein Körner. Sie wissen, du bist ein Mann von Aktion. Du bist nicht auf den Kuchen. Du hast die Schmerzen. Du bist zurück, Mann. Wir sind zurück. All right? All wir müssen gehen, ist zu Busten aus Brad, und dann sind wir golden, Mann. Franklin, er macht uns multi-culturell. Lester macht uns cyber. Wir sind wie Modern America. Wir haben uns nur ein Mann von Gästen. BAM! Nein, das ist nicht es. Ich habe Geld. Es macht uns schrecklich. Jetzt eskaliert's, glaub ich. Oh, man. Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. Geht er jetzt nachschauen, oder was? Hey, Tee! Hey, Tee! What the fuck? Was? Yes! Fuck you! Hey, come on, where you going? You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on! We order pizza! Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no! No, it's clear and reason thought! Finally! Stop your car, come on! Come back, we'll talk! Oh no! I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything! Just stop the car, turn around! I'm going up there to see it for myself! You'll be disappointed! You'll be disappointed! Wow! It'll be something! It'll be an anti-climax! The grave's empty! Just a bag of sand, something like that! Just smoke and mirrors! How are you doing, man? The game is up! I'm trying to save you a trip! You've done me enough favors, buddy, alright? Save your fucking breath! Trevor, come on! Fuck you, Michael! Soon enough, I will! Okay... Jetzt bin ich aber schon gespannt... Special Agent Norton? Shit! David! Shit, he knows! I think he knows! What? Who? Shit! 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 How? I don't know how! He used his head! But does he know? Does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions! Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know! I'm gonna go see if I can reason with him! Well, I come, but I, 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 I... Yeah, don't worry about it! It's between me and him! Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list! That's good to know! Okay... Was zum Teufel geht da denn ab, bitte? Jetzt kannst du auch nach dem Easter Egg am Fluss schauen, was ganz am Anfang nicht ging. Naja, es ist ja immer noch in einer Mission jetzt. Aber ja, gucken wir mal. Hm? Was hat der denn gemacht, bitte? Einfach Flugzeug abschließen? Jo, wär auch nicht das erste Mal, ne? Eifroute 9X. Warte mal, ich hab das Gefühl, ich bin mal wieder irgendwie falsch. Ach so, ja gut, das ist... Das sind ja auch nicht die Eingänge zum Terminal, hä? Aber es ist die Bahn, oder? Aber warum zum Teufel ist der scheiß... Der scheiß Punkt dann hier? Hä? What the fuck? 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 Hier müsste es in Terminals gehen, wir sind auf der falschen Ebene. Ja, hier sind die Arrivals. Rein da. Als ob die so spontan einfach einen Flug bekommen. Boxy Friend, danke feine Münze und Nick für die Mitgliedschaft. Jetzt soll ich gleich in den Fluss fahren. Oh nee, Digga... Oh nee, Digga... Oh nee, Digga... His name is Dave Norton, nice guy, realist. He gets the glory, I get out. It's not even a decision. Amanda, I don't have a choice. Do you want to die here, where it's always snowing? Or do you want to go and live, where it's always sunny? Alright, wanna live? Tell me you wanna live. Let's stop, let's stop. Die Drecksau hat wahrscheinlich alle verraten. Und deswegen konnte er auch ohne Probleme in Beverly Hills leben. Warte, wo ist der Scheiß? Ähm... Ja, hier, ne? Ja, aber guck, jetzt werde ich wieder gehatet. So viel zu, ich kann nachschauen. Maaan... Some people out of town, you don't need to know. Trust me, nothing is gonna go wrong. Nothing. Yeah, I hear ya. We gotta follow the class, everything will work out. I did the deal, Amanda. It's over. Baby, we get out. It ain't supposed to go down like this. We did it. Baby, we are home free. It's over. It's just fucked, man. The day is blown. Just this one job, and everything is done. 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 Aber wer ist begraben? Können wir da rüber? Hey, you're wasting your time. Is that why you flew out here? Huh, tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. That's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for? Mikey, huh? When's it gonna stop? What happens in the dark... ...comes out in the light. Oh, give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Brad! Look, we do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, how was that, huh? With Brad in the cannon, me in the ground, or... Or both of us in the coffin. Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's... That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep ten years later. Mikey, I mourned you. And I missed you. I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck you! Fuck! Joe Phillips! Mr. Joe has requested a word! Hey, ho, ho! I'm not the guy you're looking for! Hey, tell me a minute, tell me a minute! Get the boyfriend! 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 Motherfucker! Ja, ich glaube, jetzt kann man dann Michael auch nicht mehr auf der Beliebtheitsliste Platz 1 setzen, ne? Was ist eigentlich nicht? Where are you? We are following you! So, who are your pals, Trevor? Ja, er hätte ihm auf jeden Fall schon früher die Wahrheit sagen müssen. Safe. Oh. Are you through that Вет! What been they? Ah, they'reשות upon you! Too bad! Strengthes upon you! Am Secretary of leave you! Ah! A إلى That! A إلى That's not bad! To get you! Also, die muss man häufiger mal deaktivieren. Oha. Das sind die Leute von Mr. Cheng. Ah ja, okay. Ah, schieß doch! Schieß doch! Hallo! Das werden immer mehr. Kann ich einfach flüchten? Ja, oder? Scheiße. Ich versuche es mal Auto-Aim auf Ehre. Hä? Gib's denn nicht mal? Leute haben immer gesagt, mit Controllers Auto-Aim, aber nö, ist nicht. Vielleicht an Konsole, ja, aber nicht an PC. Hätte es beim Van bleiben sollen? Damit er genau so explodiert wie der andere, oder wie? Ist egal, was man da macht. Ganz ehrlich. Ich hab die andere Waffe nicht, ne? Nice. Ja, kann ich ja nicht gleich aufgeben. Wir können uns zusammenarbeiten. Wir können uns zusammenarbeiten. Da ist so ein Medikip rechts bei der Kirche. Aber wo? Ich sehe da keins. Nee, ich sehe da kein Medikip. Komm, du scheiß Karo, geh hoch! Jetzt ist gerade wieder nur ein Gegner auf der Map, aber gleich müssten wir auf 500 spawnen. So wie vorhin. Oder habe ich jetzt endlich irgendwie den Cheat freigeschaltet? Ah ne, die können gerade nicht wegen dem zu? Ja, moin. Ehre. Digga, warum kam die Deutsche Bahn denn nicht früher? Never. Okay. Weil du auf der falschen Seite bist. Aber ich bin doch die ganze Zeit rechts vorhin gewesen. Da war ich morgens. Ja. 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 Da geht dir Johann und gute Besserung. Ja. 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 Kauf dir doch Neues einfach, Alter. Ja, immerhin gut gefiltert. Wie viele Missionen haben wir jetzt eigentlich noch? Noch 20? Echt jetzt? Weil es fühlte sich jetzt schon so nach, keine Ahnung, Vorbereitung aufs Finale an. Kannst du jetzt nicht mehr zu Michael wechseln? Ja, das ist mir schon klar, wenn er entführt ist, aber warum kommen dann jetzt noch 20 Missionen? So, an der Straße zur Sicherheit und dann Handy. Ein paar sind Heißvorbereitungen und Nebenmissionen. Da stehen doch nur die Hauptmissionen drinne. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer ist das? Es ist mir. Ich sollte nicht haben. Patricia! Mrs. Madrazo! Hey! Sieht ihr, Trevor? Oh, ja. Ja, sicher. Patricia. Ich liebe dich wirklich. Ein Tag zusammen. Es war sehr wichtig. Ich werde mich nicht verletzen. Ich werde mich verletzen. Ich muss gehen. Komm an! Hör auf! Das ist ein Tweet von der Wendung Person. Wir sehen uns erst mal aus. Ach so, das wird ja auch noch. Gehen morgen zum Anwalt. Oh, ja, gerade. Yo, 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 familia, wassup, everyone? Das ist Islos FM! Hä? Ich habe doch markiert. Was ist denn? Heißvorbereitungen und Hauptmission sind da enthalten. Genau. Das denke ich nämlich auch. Wassup? Ich bin Teil der Team. Das ist wassup. Team? Ich mache nicht Teams. Uh, Devin Weston's Car-Stealing Team? Der eine Franks-Runnen. Oh, ja, das ist das. Hey, look, I boosted the ride. Ich bin mit deinem Freund, Frank, und ich brauche dich mit dem Packer, mit uns außerhalb der Garage, und wir gehen diese motherfuckers auf den Bolido Bank. Alright, buddy. Fine. Das ist ein langer Weg. Ich bin mit dem Club für morgen. Bei den Stats sind auch die Attentatmustern dabei. Ja, ich denke ein Stream ist auf jeden Fall noch drin. Ein ganzer. Die Frage ist, wann wir halt jetzt den Cut machen. Vielleicht wäre jetzt eigentlich ganz gut gewesen. Äh, weil wir haben vorhin heute irgendwie gar nicht wirklich gesehen. Wir müssen auch noch mal ein bisschen was machen. Da steht ihr so ein bisschen im Schatten finde ich leider. Ein bisschen fand ich nervig. 13 km fahren. What? No way. Nee, ist doch okay. Ja. 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 Das ist ein bisschen was. So, was du denkst? Smooth as silt? I'm thinkin' where the blood stains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me, I'm a professional now, like you and them old dudes. So, tell me what happened? I saw the ride, I took the ride. No drama. No security. No one's sayin', who the fuck is this gangly motherfucker doin' in my car? Nothin'. That's worryin', man. That's some shady ass shit. Man, chillin'. Ich liebe oft, das ist so weit wirklich übelst lange. Ja jetzt haben wir ja schon angefangen. Ein Raubüberfall muss noch sein. Ne, wir hatten doch zwei heute. Was ist das? Der Bossmann ist glücklich. Dann gehen wir weiter. Das ist so ein Busterass-Nigga, kein Boss. Enough, Nigga. Get your ass in the truck. Let's go. Hey vor allem da ist dieser 10-Millionen-Wagen. Ganz vorne. Ach das sind alle, die wir je geholt haben von ihm. Ja jetzt sehe ich. Das heißt, du darfst halt auch keinen wirklichen Unfall bauen, ne? Sonst alles von vorne. Ab jetzt sind es 13 Kilometer. Das heißt, du darfst mich nicht überschlagen. Aber eigentlich können die uns nichts. Das ist das gute. Darf mich nicht überschlagen. Hüchel, für einen Mann, der zähter und zähter und zähter und zähter, du darfst? Du sprichst durch. Das ist nicht confirmiert. Was ist nicht confirmiert? Das ist, dass du sprichst du bist oder das du machst du machst? Oder wo die anderen Mannen sind? Wie vielleicht ist er tot? Das letzte. Oh shit man. Fuck. Frank know about this? I don't know if Franklin knows, but let's just let him sleep. Shit. Ja. Bummer. But you know, he wasn't a good guy he made out. That dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit. Ja. A liar. Above all else. A fucking liar. Romain, you sound like some bitch he ain't called. Like, uh, he lied to me. I am some bitch he didn't call for 10 years. Fuck man, he fucked you. The fucker got fucked. Damn. He fucked the fucker himself. Shut up. Man, the first time's always special. I hope he was gentle with you. Enough of that. And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, I was a little overwhelmed by the place. I got a little out of control. But that ain't who I am, for the most part. But the Michael fucked you. Yeah. The Michael fucked me. And the Michael fucked Brad. And the Michael ran off with the FIB. Brad? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the dead. And Michael killed him? Michael got him killed. He died when Michael faked his death. I thought Michael died and Brad was in the pen. When actually Brad was in the ground and Michael was in hiding. And now Michael's dead and it's all okay? Michael's current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay. That makes a lot of fucking sense. I don't know. It's a lonely old road, ain't it? Lonely? Hey, I couldn't say. I mean, not really. A road's a road. It ain't got a band of munitions. Truckers on the black top making dude. I don't need to make dude. I need to make snaps on these rods. Sure. Yeah, the time will come. It's what happens before we get ate as well. Franklin's asleep. It's just me and you. What? What are you trying to say? You want me to attack you all? Jason. God, no. Of course not. Unless... Man, you're a sick fiend. Just fiending for some friendship. Chris? Right. Whatever, man. It's just... Truckers are a symbol of this country. No part of its mythology like Cowboys, Gangsters, Hoboes, Gangbangers. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from Hobo. Maybe Tyre with Hobo. Fus gabriel. Fus ehrenhafte 12 coins. You know what truckers do? Cut up women to get other dudes to jack them off. Come and think about it. Aside from not looking afraid around the country. You got about all the necessary prerequisites for a fine career in Harlem. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. Alright, alright, alright. I see you still touching. Boah, das ist schon ein bisschen zu weit zu fahren. Also was soll das denn, Mensch? Vielleicht kommt eine richtig scharfe Kurve. Habe ich diese Zeitlupe? Nein. Achso, halt. Ach doch, fahrzehentlich. Nach dem Tunnel? Ne, der war doch jetzt gar nicht. Oder kommt noch ein Tunnel? Die Wunds sind nicht heilt. Du bist so ein Delicat, das Lied, nicht? Wo ist dein Puss? Was hast du in da? Schrauben Sie! Das ist gut, lass es raus, homie. Geh, lass es raus. Dann. Der Turd war wahrscheinlich zu mir aus dem Beginn. Oh, shit, was passiert? Wacht, du doziger, motherfucker. Eine Woche war es auf dem Weg. Das ist das, was passiert, als du schlappst auf dem Job. Was du tun? Okay, shit, ich habe eine Idee. Keep driving. I'm gonna take the tricked-out JB-700 and get rid of the tail. Man, Molly said, there'd be some hardware on board. Shit, we'll see. Hey, don't forget the hair scent, homie. What the hell? We have reason to believe you were transport stolen vehicles. Belong to the side of the road. They must have waited till we was out of town. Yeah, it looks like it done. You were 340, stolen car. Fall packer to the side of the road. One time all over this shit. Alter, Mark. Hello. Man, this ain't hood. Ist man in Kino-Kamera-Safe? Nein, oder? No? No? We caught with the merchandise. Start the truck. Perfect. Man, let me see if I can split them up. What you did? Ich hab Staffeln abfallen lassen, ich weiß nicht wie ich getroffen habe, und ich glaub schon, ich bin ja von Anfang an 2 gewesen. Nein, man ist nicht saved mit Video-Kamera, okay. Ah, scheiße. Oh no, oh no. Verdammt. Ja, ich schieß lieber, mach ich schon die ganze Zeit. Ist besser. Oder auch nicht. Ja, aber was hätte ich denn noch tun sollen? Also ich mein, ich hab doch... Ich hab ihn eigentlich regelmäßig mitgegeben, finde ich. Ich hab ihn mitgegeben. Ich hab ihn mitgegeben. Ja, ich bin zwischenscheidig auch auf Controller gewechselt, da wusste ich jetzt nicht irgendwie Staffeln abläuft. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es schlecht läuft, aber irgendwie... Ich hab ihn mitgegeben, ich hab ihn mitgegeben, ich hab ihn mitgegeben. Missen die alle komplett verrecken? Das verstehe ich halt auch nicht. Oder nur abhängen. Aber es kamen ja immer neue, oder? Immer Stacheln spangen. Ja, wenn ich jetzt vorne bin, mach ich's auch jetzt immer. Aber ich glaube, jetzt passt's. Ja. Mit deiner Fähigkeit kannst du Gegner wegrammen von der Seite. Seit wann das? Keine wohl Zeitpuppe. Herb FCB danke dir für 26 Minuten. Ja. Ja, hab ich gehört über das CEO-Pay-Shit. Ja. 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 Oh, oh so what it's just me getting hurt is that funny no fuck you I'm gonna put you in the fucking ground you laugh at me again Calm down. I have met a lot of assholes in my life But you oh you're not long for this world if this is the way you fucking act you little jumped up motherfucker Look how about this man calm down It was funny at first man. I made a mistake Unfortunately man you fail it was fun. All right. I apologize I Accept your apology okay, all right, so Let's hug it out Right You're fucking got you Fuck no, I'm not funny Fucking asshole Oh fuck I had a difficult Childhood Damn, man you all right I'm just fucking on edge, you know Look I love you right, but I would have I would have Fucking look man Lester said you have some information for us about Michael Michael fuck Michael. I hope he's dead man. I know y'all two man Come on, man You two had beef before but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him man who? My friend Ron met these Chinese assholes they're from Yangshan in China We had some problems They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. Yes Come on, bro. Oh go fuck yourself. You want that piece of shit? That's your fucking business. All right? He's dead to me. All right, and chances are if and when I see him he's gonna be dead to everyone else as well Hey, come on, bro. Don't do that. You're pushing your luck, pal. Yeah, so in der Situation versteht man ihn halt schon, weil Michael... What was that? Uh, nothing. Agh! Mmh, asshole! Everybody! Assholes! Ja, äh, Michael hat's halt verkackt, ne? Ganz klar. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew. Because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This will track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. I told you! He ain't my G laugh! Don't try to persuade me, you nut lovers! He's laughing at you, you fucking idiot! You're making a mistake! It costs a lot of money to track you down. I'd record every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Captain Phillips isn't coming. Whoa, 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 whoa! No, hey, hey, hey! Let me down! Let me fucking down! Hey, what's in? Trekkie fight? Yeah, what's in? Trekkie fight? Wo ParksMinute? Lol? are you... Die müssen, den ich früher nie verstanden. Haha, ja gut, dass ich nicht die Einzige bin. Vor allem wieso ist er denn hier in der Stadt? Dachte der wäre noch drüben oder China Ka? Schnell sein? Ja, also was schon mal gemein war ist. Seine Position ist ja einfach mal auf der genau anderen Seite, wie man gestartet ist. Und das Game sagt ja auch erst nach ein paar Sekunden, dass Michael der rote Punkt ist. Oh, warte, wir sind ganz nah, wir sind ganz nah, holy shit! In dem Gebäude muss es sein, oder? Ja, keine Ahnung. Durch ein Fenster? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was weiß ich? Ach, man kann nicht klettern? Bruh. Du bist da, first try. Nee, weil ich nicht reinkomme. Und der Timer läuft ja mit Sicherheit immer noch weiter. Kann ich auch die Leitern hier nicht benutzen? Nichts? Doch. Das Tor war richtig? Hä? Kannst du das Handy ablegen? Ja gut, aber das ist jetzt auch wirklich kein Eingang hier. Ja, aber ist ja nicht mal richtig. Alle sagen zum Garagentor. Geht aber nicht auf. Nein. 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 Kann ich die jetzt abballern, oder nicht? Geht? Was ist das? Chillig. Nicht so chillig. Ich hoffe, ihn hat es noch nicht zersägt. Wobei er es irgendwie verdient hat. Hey, die Zeitanzeige ist weg. Also, muss ich mich jetzt nicht mehr krank beeilen, oder wie? Hey, wo hat er dich, Mann? Hey, hey! Es ist Frank! Wo hat er dich? Wo bist du, Bro? Hey, du hast nicht gewusst, ich habe keine Riesen. Digga, wie viele noch? Schmutz! 2 Sekunden! 1 Sekunden! 2 Sekunden! 3 Sekunden! 2 Sekunden! 3 Sekunden! 3 Sekunden! 3 Sekunden! Also, man kann zwar so schießen, aber die treffen dann so gut wie nie. Okay. Ich dachte, wegen engem Raum wäre Shotgun besser, aber eher nicht. Na, das war ja klar. Das war in Last of Us schon scheiße. Ach, warte, ich habe... Ja, stimmt, ich habe eine Zeitgruppe mit ihm. Wollte man nutzen, sonst wird es zu wild. Runter, drunter? Fuck you. Warum hat er das nicht schon vorher gemacht? Das ist ja sowas von schwachsinnig. Hängt da lieber erstmal eine halbe Stunde ab? Oh man, man. Ich bin doch schon da, Alter. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Wollte ich mal abtrotzen. Hey, keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee, muss man wirklich sagen. Ach so, da ist auch der Ausgang. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir ihn so schnell wiedersehen. Entschuldigung. Die tanken echt viel. Manche schon, ne? Was ist jetzt los? Was war denn das? Nein, die Karre dreht durch! Ja, super! Scheiß Verkehr, Mann! Macht mal Platz hier! Gottverdammt! Die kommen ja nicht mehr raus, ne? Ja, gut. Obwohl, die stellen sich dumm an. Aber das Auto kann fast nicht mehr fahren. Ja, der Ralf ist im Arsch, deswegen. Der hängt am Boden. Super! Mann! Wir müssen noch so weit fahren! Mann league der Ralf. Mann Went direkt ke der Ralf! Mannrich. Was ist das? Da da in der Mühle, ich dachte, es war es vorbei. Wenn der Mann hatte einen Knife auf mich, ich dachte, es war das gleiche. Frank, danke, Bro. Es hat nicht zu dir. Ja, Bro, natürlich ich habe. Wenn das was bedeutet, dann das was ich weiß. Hey, wie hast du dich denn gefunden? Lester sendte mir diese App, die Verkaufs-Sitzung. Ah, Lester. Wie hast du denn, dass ich mich aufsnehmt? Travertold. Kindig. Kindig. Ich brauche einen Bugatti, Leute. Uff. Was ist das? Uff. All right, dann. Ich sehe dich. For sure. Hey. Sicher, dass du nicht in willst? Was? Dein Großartiger Haus? Der Mann, ich bin schon genug depressed. All right. Well, listen, danke. Look, Mann, bevor du gehst, was da passiert da? Ich sagte, Trevor ging verrückt, versucht mich zu töten. Ich wurde durch die Chine. Mann, bevor das alles. Ich spreche über die Phase. Trevor, dieser Mann, Brad, Mann. Ich weiß, was du sprachst. All right. Look. Ich habe eine Begründung. Ich weiß nicht, ob es das richtig ist. Ich habe das, was ich hatte. Ich hatte eine junge Familie, Franklin. Ich war mit einer Crew of crazy motherfuckers, mit nichts zu verlieren. Ich sah ein Aus. Ein Zukunft für mich. Für meine Familie. Ich habe es. Du hast es? Mann, du verbringst alle motherfuckers, du kennst. Nein. Es war das oder sterben. Ich weiß, dass es so kalt ist. Ich habe es nicht erwartet, dass du das noch nicht verstehst. Nicht noch, aber du wirst. Wenn du deine eigenen Begründung hast. Schau, du wirst einen Tag ein Tag, und deine Begründung, sie einfach geben. Und du einfach nicht mehr zu gehen. All right, Mann. Schau. Schau dir deine Begründung, all right? Wenn Trevor herauskommt, dass du noch alive bist, ich weiß nicht, was du machen. was du machen willst. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey. You watch your back. You hear me? Dog. It ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Diego, danke für das Münzen. Gabriel, ich glaube nochmal für 12. Vielen, vielen, vielen Dank. Wäre irgendwie schön, wenn die ganze Familie jetzt wieder da wäre. Schließlich hat er ja für die alle verraten. Aber, wie das ausgeht, werden wir wohl erst beim nächsten und wahrscheinlich letzten Stream erfahren. Wünsche euch wie immer eine gute Nacht. Danke fürs Ansehen. Besonders für die, die mir helfen wollten. Und danke an die Donator. Vielleicht kommt morgen schon das Finale. Ansonsten übermorgen. Wir werden sehen. Auf Wiedersehen. Auslived demonstrate inf Is Shake. Oh klar, den w permais gatlichen고 referenced. I was stainsigaunt. Ansonsten über Ontario.